Aloha und herzlich willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Letzte Folge sind wir durch die Zwergenmine, also jetzt in den Eingang gekommen mit der Verkleidung und jetzt schauen wir, was uns hier erwartet. Los geht's. Bist du auch gespannt? Ja. Ich bin richtig gespannt. Puh, gerade noch diese eisige Kälte und jetzt komme ich mir vor und wieder in die Sauna. Diese Knochen sehen irgendwie angekuckelt aus. Naja, wenn man auch heizt, wie blöde. Heiliger Strohsack, hier haben die Zwerge wohl ihr Gold geschmolzen. Warte mal, guck mal, da ist wieder so ein Speicherpunkt. Das ist Libra. Mit was für einem gammeligen Kerl redet sie denn da? Du hast wohl noch immer nicht kapiert, du Stinker. Stinkt ihr. Entweder du rückst das Amulett raus oder es gibt eins auf die Glocke. Ach ja, da ist sie, meine Libra. Was rede ich schon wieder? Ich fürchte, ihr wird euch, Fräulein. Aber nur zu, ich freue mich schon darauf, euch zu vernaschen. Lass bloß deine frauligen Pfoten bei dir, du Rüpel. Wird Zeit, dass ich einschreite. Boah, schnell abspeichern. Boah, willst du das Spiel schon speichern? Ja. So, jetzt gibt es den Kampf gegen den Zombie-Drachen. Schnell alle heilen. Ähm, Grandy ist fast voll. Äh, den Futternapf machen wir jetzt mal voll. Und Heilkräuter. Hier, Julia, lecker, Papa. Jetzt nochmal speichern. Warte kurz. Den Hund geben wir nochmal in Futter. Okay. So, ich würde sagen, der Hund ist voll, Grandy ist voll. Jetzt sind wir gerüstet für den Endkampf. Und wir haben sogar zwei Langschwerter. Jetzt hoch und runter. Willst du das Spiel speichern? Ja. Ja. Warte, wir haben jetzt außer zehn Leben alles bei Grandy. Ja, komm. Das können wir machen, ne? Ja. Und auf in den letzten Kampf. Schau, schau. Das Dessert findet sich auch noch ein. Tretet bitte zurück in diesem Kampf. Grandy! Libra! Schön, dass wir uns endlich gefunden haben. Du hast dir die ganze Zeit gelassen. Fast hätte ich diesen Drachen ohne dich erledigen müssen. Äh. Ich bin aufgehalten worden. Da war diese Familie, die hatten ein Problem. Und überhaupt, wie kommst du dazu, mich zu kritisieren? Wir kennen uns doch gar nicht. Natürlich kennen wir uns, Dummerchen. Ich hab mein Gedächtnis verloren, Libra. Ich kann mich zwar irgendwie an dich erinnern, aber das ist auch schon alles. Aber jetzt, wo ich nichts gefunden habe, wird sich alles aufklären. So einfach ist es leider nicht, Grandy. Ich kann mich ebenfalls an nichts erinnern. Aber ich weiß, dass wir irgendwie zusammengehören. Und jetzt, wo wir uns gefunden haben, wird sich alles auflösen. Hey. Jetzt zwei Tortletäubchen. Könnt ihr euer Süßholz später weiterraspeln? Wir haben hier schließlich noch was zu klären. Ach ja. Dieser stinkende, halbverfauerte Drache hat uns das heilige Amulett der Familie Dengelbrack in seinem Besitz. Werden sie mal nicht beleidigen, Fräulein. Ich weiß, ich hab schon bessere Tage gesehen. Aber das ist kein Grund. Ähm, Herr Drache? Bevor wir uns auffressen, hätten wir noch gerne ein paar Dinge geklärt. Erlaubt bitte, dass wir uns kurz zurückziehen. Nun gut. Dann will ich mal nicht so sein. Klärt, was ihr zu klären habt. Aber beeilt euch bitte. Was? Ich fürchte, mit dem Kerl ist nichts zu verhandeln. Wir sollten uns zusammentun. Das sowieso, Grandy. Schließlich scheinen wir das gleiche Schicksal zu haben. Libra schließt die Gruppe an. Nochmal speichern. Falls wir es nicht schaffen, würden wir das nicht schon mal alles lesen müssen. Und jetzt geht's wirklich auf den Kampf. Bringen wir es hinter uns. Und tot der Drache greift an. Okay. Libra scheint eine Zauberin zu sein. Guck mal, was sie für Techniken hat. Äh. Ich hatte diese... Ja, warte. Libra, Magie. Ja, bestimmt diesen... Guck, mit ihrem Feuerball kann die bestimmt an den... Den Baum besser besiegen. Okay. Was glaubst du, was auf den Drachen effektiv ist? Schockfrosten? Schneesturm, Kugelwitz. Ich würde sagen... Fackfrosten, oder? Feuer wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen... Machen wir mal Eis. Okay. Ich probiere einfach alles aus. Oh, Unterdrache greift an. Eisblitz. 8 LP ist nicht so viel. Aber wir haben zwei Langschwerter. 35 LP ist schon ganz gut. Ähm, Grandy, mach du mal weiter so. Wir probieren jetzt mal den Blitz aus. Juli. 18. Ja, sehr gut. Libra kriegt 18 ab. Libra steuert ein Blitz. Brache 25. Okay, der Blitz ist sehr effektiv scheinbar. Weil eben war es nur 8. Ja. 37. Okay, dann machen wir mal so weiter. Machen wir... Vielleicht Schneesturm? Nee, das ist nur das für mehrere Gegner. Das eine, das für mehrere Gegner auf einmal trifft. Und das ist das für das eine, der einen Gegner trifft. Oh, eben war da 32 verloren. Ihm hängen schon die Fetzen von der Nase. Der macht nicht mehr lange. Ach, die Teilchen brauche ich gar nicht. Die waren davor abgestorben. Oh, die HP sieht noch ganz gut aus. Kriter Treffer 57. Bei unser Hund, ey. Und Juli reicht aus. Unser Hund, ey. Ist einfach super. 33 AP. Vorwärts, Grandi. Ein letzter Heap. Und wir haben ihn hinter uns. Grandi greift da an. 43. Und der Tüterbrache tritt zusammen. 400 AP. 1100 Taler. Juli Stufe 13. Ich würde mal sagen, mit Libra in unserer Gruppe rocken wir hier die ganze Gegend. Boah, so viel Schatztruhen. Schwere Armbrust. Langschwert. Jetzt habe ich drei Langschwerter. Braucht kein Mensch. Heiliges Amulett. Vielleicht finden wir nochmal in unserem Kern. Endlich haben wir das Amulett. Lass das schnellst du Dankwart. Leichten Helm. Geh mal hier auf den Stuhl, was da passiert. Ich glaube, da passiert irgendwas. Der Thron ist zu klein für mich. Zwergengröße. Außerdem riecht er verbrannt. Okay. Dann gehe ich raus. Na, Leute. Zeit zu gehen. Ich habe es fürs Erste genug von Schnee gesehen. Es ist ein weiter Weg. Aber wir haben uns einiges zu erzählen. Sollen wir den Text immer vorlesen, oder sollen wir ihn jetzt... Keine Ahnung, lese halt einfach. Wenn du selbst klicken kannst, ist das okay. Aber wenn das so schnell runterrastet und um dir helfen... Und da war noch eine Sache, an die ich mich erinnern konnte. Als ich mir Dankwart seine Geschichte erzählte. Ja? Der Name Wadenfried, der dunkle Fürst von Düsterburg. Als er mir den Namen nannte, wurde mir eiskalt. Ja, jetzt wo du es sagst, mir geht es genauso. Es muss etwas mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Was denn? Unser Weg führt uns nach Düsterburg. Ich bin sicher, dass die Antworten auf alle unsere Fragen dort zu finden sind. Oh, sind wir da. Gut, dann speichern wir direkt mal nochmal ab. Und jetzt ab zum alten Mann, würde ich sagen. Weil wir haben ja jetzt das Amulett. Dann kommt er mit uns. Jetzt bringen wir das heilige Amulett. Warte, Hala. Dankwart, wir sind zurück. Na, du bist die Frau. Dankwart, wir sind zurück. Frau Libra, welche Freude. Und euren Freund habt ihr ebenfalls gefunden, wie ich sehe. Ja, jetzt wird alles gut. Und zu allem Überfluss haben wir euer Amulett dabei. Euer Amulett? Oh, ja. Amulett? Euer Amulett. Lecker. Mit Tomaten, Mozzarella. Das Amulett? Das heilige Familienamulett? Ja, Dankwart. Was ist? Freut dich denn überhaupt nicht? Doch, Frau Libra. Über alle Maßen. Ich war bloß überwältigt nach 20 Jahren. Dann ist endlich der Tag gekommen, an dem der Herzog nach Falkenberg zurückkehrt. Burg. Harkorn kann seine Wacht beenden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns erlaubt, euch zu begleiten. Unser Schicksal führt uns ebenfalls nach Düsterburg. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, Grandy. Wartet nur einen Moment, dann bin ich reisefertig. Lasst uns aufbrechen. Dankwart, schließt die Gruppe an. Stufe 14 ist jetzt unser Hund. So, und jetzt mit den ganzen Leuten hier, können wir jetzt noch diese Quest von dem Geist locker machen. Also, das war jetzt auch genau diese Höhle, oder war das eine andere? Aber ihr könnt doch diesen, äh, wann wir viel Leben haben, wieso? Aber wir brauchen den doch nicht, diesen... Den Tiger? Ja. Aber warte, ich möchte ihn doch trotzdem kaputt machen, weil der ist ja der, den wir anfangen nicht geschafft haben. Jetzt revanchiere ich mich für die erste Folge, da wollte ich mich Game Over. Das war zu lau, der hat mich entdeckt. Ja, diesmal will ich auch uns entdecken. Ich nehme es halt hier an. Oh, mein Freund, warum hast du denn so große Zähne? Ähm, machen wir mal Feuerball. Und Dankwart. Genesung. Ah, der kann Leute heilen. Wunder. Stoßgebet machen wir mal auf den. Oh, du lieferst nicht. Ich würde den Dankwart als Heiler benutzen, glaube ich. 60 LP. Oh, Feuerball, das Richtige. Nee, Stoßgebet anscheinend nur für Skelette und Untod oder sowas. Dann machen alle immer was und der macht immer Heilung. Genesung, auf wen? Wer hat jetzt gerade nicht so viel Leben? Juli? Ja, Juli. Oh, der Kerl vergiftet sich. Der vergreift ja meine Eingeweiden. 104 hat der Gehalt. Oh, schon down. Gewonnen. Boah, mit dem Team machen wir alles flatt. 357 GP halten, Tigerzähne eingesackt. Das nächste Tigerzähne hätten wir sonst nicht bekommen. Lieber Stufe 13. Oh, der liegt ja auch nicht auf jemanden. Eindeutig nicht mehr zu retten. Alles fein, sauber. Da liegt jemand. Ich bin zu spät gekommen. Nee. Hier gab es nur das Langschwert und den Tiger. Ach, okay. Dann geh runter. Aber Tigerzähne haben wir jetzt immerhin mitgenommen. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal, also nach der Quest wird er erstmal wahrscheinlich mit uns was sagen. Aber die wird es wahrscheinlich erst in der nächsten Folge geben. Wir werden jetzt mal, aber darf davon nicht hinzudämen, weil das nämlich der Wächter. Und wenn der Wächter sieht, dass der Herr wieder da ist, dann werden wir wahrscheinlich weitergehen. Aber wir machen erstmal alles hier fertig. Wir machen jetzt hier in der Folge noch, kümmern uns um Ausrüstung und so weiter. Und in der nächsten Folge gehen wir dann die Aufgabe von dem Isklet machen. Leichter Helm. Gut. Das Zeug haben wir gar nicht. Gucken, was er lieber so hat. Kampfstab. Hartholz. Hanisch. Oh, Leder Panzers stärker. Holzhelm. Lederhelm. Und Dankwart. Deutsch. Heiliges Amulett. Ach, der hatte sein Heiliges Amulett gar nicht an. Aber dann geht das Heusland so lange. So. Brauchen wir auch was an Gegenständen so? Heide auch ein paar Heilkräuter. Ne, eigentlich brauchen wir es gar nicht, weil. Guck mal, wir können jetzt folgendes machen. Wir haben Kampf in der Heilkunde. Ne, wir können jetzt auch hier. Das können wir auch so machen. Außerweskampfes. Krass. Aber da verliert er halt Mana durch. Das heißt, du brauchst nur irgendwas, was Mana auffüllt. Okay. Also, das heißt sich halt nur, wenn man, das heißt gar nicht so. Das heißt man sich nur, wenn man schlafen geht oder so. Gibt es da irgendwas, was Heilkräuter aufhebt? Mana aufhebt? Magietrank halt. Ja, dann kaufen wir ein paar Magietränke. Ja? Wir haben ja nur Geld, ja. Ja. Ich würde sagen, Magietränke ist das sinnvollste, weil der kann ja alle heilen. Ja. Magietrank würde ich sagen, Kaufen wir uns mal. Mach mal. Mach mal ein paar. Mach mal fünf oder so. Das ist schon viel, oder? Ja, egal. Okay, wir kaufen uns fünf Magietränke. Den werden wir auch lange brauchen, glaube ich. So. Ausrüstung zu brauchen wir es nicht kaufen. Das können wir auch dann, weil unsere Gruppe ist so stark im Moment. Schlafen brauchen wir jetzt auch nicht gehen. Würde ich sagen. Gucken wir mal ganz kurz, was da oben ist. Das ist dieser Nebel, von dem ich erzählt habe. Das ist kein Nebel. Ich bin zwar kein Fachmann in Spherologie, aber ich denke, es handelt sich hierbei um einen Sphärenriss. Was soll das denn bitte sein? Wenn ich anfinge, euch das jetzt zu erklären, stünden mir sicherheitlich noch morgen früh hier rum. Ah, sehr interessant, der Sphärenriss. Ach, wir haben doch jetzt diese Spitzhacke. Kann man damit jetzt diese Sachen hier nicht aufbuddeln? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Doch, das ist eher vom Skalent. Hier wurde irgendwas vergraben. Ja, eben. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Hey, das... Ah, hier ein Kurzschwert mit merkwürdigen Runen an der Klinge. Magisches Kurzschwert. Gucken wir mal, was das ist. Ruhi, ein magisches, aufgemutztes Schwertchen. Guck mal, das... Ja, das ist nicht stärker als unseres, aber es hat vielleicht irgendeinen Magie-Effekt. Aber... Nehmen wir es erstmal mit. Nehmen wir es erstmal mit. Ja, ja, kurz mal hier... Kaputt gemacht, bevor wir uns in die Quere kommen hier. Der macht keinen Schaden. Ne, der... Der macht keinen Schaden an Lebenden. Das verdrückt sich. Gewonnen, FEP. Das bringt ja schon gar nichts mehr. Aber wir werden jetzt gucken, ob es hier noch Sachen zum Ausgraben gibt. Ne, hier nicht. Die Orks brauchen wir auch nicht mehr angreifen. Das ist eigentlich sinnlos. Aber wir haben noch mehr so Löcher gefunden. Die werden wir jetzt auch ausbuddeln. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Hier ist nämlich noch ein Loch dahinter. Lederhandschuhe mit merkwürdigen Symbolen. Krafthandschuhe. Ah, da kann ich mit irgendwas Besonderes machen. Ah, da kriegt man noch mal Angriffstärke dazu. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. So, Krafthandschuhe. Ist hier noch irgendwas verbuddelt? Nein. Gucken wir mal schnell unten. Komm, ob du irgendwas verbuddeltes sehen kannst. Ansonsten würde ich sagen, werden wir jetzt... Machen wir jetzt Schluss und gehen ins Nächstes. Ja, werden wir jetzt... Ah, nee. Nee. Wir sehen uns jetzt vor die Höhle begeben, in der die Überrisse des Geistes liegen. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, was die Aufgabe vom Geist in sich hat. Hier. Hier ist ein Höhleneingang. Allerdings ist er eingestürzt. Und hier können wir die Spitzhacke benutzen. Gut. Dann speichern wir nochmal hier. Auf 12. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Zombie-Drachen haben wir es gegeben. Dem Tiger haben wir es gegeben. Und in der nächsten Folge werden wir wieder in den düsteren Wald gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Denkt an eine positive Bewertung. Und Lob, Kritik, Anregungen, Vorschläge, Sachen, die ihr vergessen habt, in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Möchtest du zum Abschluss dieses... Diesen... Delphin machen? Ja. Ja.